Zum großen Festkonzert wurde am 9. September in die Kirche zu Talwitz geladen. Anlass war der 140. Geburtstag von Prof. Dr. Dr. Wolfgang Großenthal, was Grund für viele Gespräche und Austausch unter den Talwitzern war. Der deutsche Kieferschirurg und Konzertsänger prägte mit seiner damaligen Privatklinik den Ort. Dem Ort wurde auch durch ein Gedicht gedacht. Das und vieles mehr führte dazu, dass sich am Abend des 9. September viele Talwitzer und Menschen aus dem Wurzener Land in die Kirche begaben, darunter auch ehemalige Patienten und Personal des Mediziners. Begrüßt wurden sie durch Petra Grützner vom Heimatverein sowie Chorleiter Reinhard Grützner, die die Besucher durch den Abend führten. Dafür haben sie sich ein besonderes und vielfältiges Programm ausgedacht. Der gemischte Chor aus Talwitz gab einige Lieder zum Besten. Neben gesanglichen Einlagen charakterisierte auch das Orgespiel das Festkonzertprogramm. Dazu führte die Instrumentalgruppe durch den musikalisch vielfältigen Abend, ob als Begleitung des Chors oder in Einzeldarbietung. Die Besucher lauschten gespannt der Gesangs- und Instrumentalkunst. Verschiedenste Lieder wurden im Verlauf des Konzerts dargeboten, die auch zum Mitsingen einluden. Ein Rezept, um hohe Töne zu singen, gab der damalige Konzertsänger den nachfolgenden Generationen mit. Mut, Hoffnung und Arbeit. All dies wurde auch hier umgesetzt. Mit großem Applaus wurden die Künstler bedacht, bevor gemeinsam noch das ortscharakterisierende Talwitzlied angestimmt wurde. Ein Abschluss. Musik 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 Die Freude am Erfolg und der großen Anteilnahme am Festkonzert war groß. Ein komplettes Jubiläumswochenende wurde vorbereitet, mit viel Aufwand dahinter. In wenigen Wochen im Monat ist eigentlich die Entscheidung gefallen, ja, der Korb übernimmt den Freitagabend in der Kirche. Und es war uns nicht klar, was wird uns erreichen. Wir wussten, es wird schön, aber wir wussten nicht. Vielen vielen Dank. Der Dank ging an die vielen Partner und helfenden Hände. Ein wichtiger Partner sei die Grundschule, namens Träger Wolfgang Rosenthal. Die Grundschüler haben eigens für das Festwochenende Erinnerungsmedaillen gebastelt, die mit Stolz verteilt wurden und von nun an immer an eine schöne gemeinsame Zeit zurückdenken lassen.